Wie kann ich mich von meinem Narzissen befreien, Eva? Ist das auch deine Frage? Dann heiße ich dich herzlichst willkommen. Ich erzähle dir heute schonungslos und ehrlich, wie ich mich von einem Narzissen befreit habe und wie ich dadurch nicht nur von diesem Narzissen befreit wurde, sondern auch die Narzisstin in mir gefunden habe. Und deswegen nenne ich meine kleine Serie hier Narzissmus und Erwachen. Wow! Ist das auch dein Thema? Ja, möchtest du erwachen, möchtest du aufwachen und verstehen, warum du immer wieder Narzissen in dein Leben ziehst? Möchtest du es in dir verändern, bist du mutig genug hinzugucken, wirklich in dich reinzugucken? Dann bist du genau richtig hier auf meinem Kanal. Denn es geht um Selbsterfahrung, es geht um in den Spiegel gucken und es geht um schonungslose Ehrlichkeit, dir selbst gegenüber. Ich war das und ich habe sogar niedergeschrieben, hier in diesem Buch, kann ich dir gerne drunter verlinken und ich werde dir ein bisschen was auch gerne hier in diesem Video erzählen. Einfach, damit du siehst, ich sterbe nicht, weil ich dir das erzähle und es passiert mir nichts Schlimmes, weil ich dir das jetzt erzähle und es hat mich auf jeden Fall zu der gemacht, die ich heute bin. Und ich freue mich, dass ich dadurch meine inneren Verstrickungen gefunden habe, diese ganz frühkindlichen, narzisstischen und toxischen, teilweise toxischen Verstrickungen in mir und dass ich die nach und nach immer mehr und mehr heilen kann. Und ich nenne diese innere Heilarbeit die Heilreise des inneren Kindes. Also ich habe dank dieses Narzissten, über den ich auch in diesem Buch schreibe, ich habe ihn Pierre genannt, dank dieses Narzissten, nicht nur diesen Narzissten und die Narzisstin in mir gefunden, sondern ich habe mich selbstständig gemacht. 2009 war das. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Psychologin, das war ich vorher aber schon, Trainerin. Ich habe eine Heilpraktikerschule gegründet. Ich habe ein Online-Coaching-Programm, wo es um Selbstliebe geht, weil das ist nämlich die Medizin gegen Narzissmus, Selbstliebe. Und ich habe eine eigene Methode entwickelt, nämlich die Heilreise des inneren Kindes. Und stell dir mal vor, dieser Narzisst wäre damals nicht in mein Leben gekommen. Dann würde ich heute vielleicht noch, weiß ich nicht, Trainerin sein im Versicherungsbereich. Das war ich nämlich damals. Das ist nicht so schlecht, das hat mir Spaß gemacht. Aber das war nicht das, was wirklich in mir ist. Das, was jetzt schon langsam wirklich rauskommt, das ist das, was wirklich in mir ist. Und ich gebe das weiter, wirklich absolut authentisch und ehrlich. Und ich komme auch gleich zum Punkt 1, wie du dich vom Narzissen befreien kannst und wie das bei mir damals war. Punkt 1, schäme dich nicht mehr deswegen. Schäme dich nicht deswegen. Nein. Wenn du dich schämst, dann hältst du dich irgendwo unten auf einer ganz niedrigen Energie und du kannst das, was ich zum Beispiel in meiner Checkliste, die verlinke ich auch unten, also ich lade dich dann wirklich ein, rein zu gucken unten und wenn du schon unten bist, auch gleich noch meinen YouTube-Channel zu abonnieren und die Klingel zu aktivieren, dass du keins meiner nächsten Videos verpasst. Dann kannst du dir hier auf der Checkliste mal angucken, wo die Reise hingeht, wenn du endlich mal draußen bist aus dieser toxischen Scham. Das fühlt sich erstens scheiße an, niemand will sich schämen. Und zweitens, und das ist mir wirklich bewusst geworden, irgendwann mal 2011 dürfte das gewesen sein oder 12, dass es nichts zu schämen gibt. Denn es war einfach eine Erfahrung. Es war eine Erfahrung, die ich machen musste, um endlich zu erkennen, dass ich narzisstische und auch toxische, aber vor allem narzisstische Verstrickungen in mir habe. Und wenn ich das nicht durch diesen Pierre in meinem Leben erkannt hätte, ja, durch dieses Leid und durch diesen Schock, den ich damals erlebt habe, als der auf einmal weg war, ja, und mich zurückgelassen hat mit dieser ganzen Misere, dann hätte ich das ja nicht auf die Reihe gekriegt. Ich war vorher schon in Therapien, aber das hat kein Therapeut auch nur annähernd erkannt. Niemand hat jemals zu mir gesagt, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, Frau Nitschinger, dass Sie gewisse narzisstische Tendenzen haben und dass diese narzisstischen Tendenzen Ihnen Ihre ganzen Probleme in Ihren Beziehungen bringen könnten? Hat keiner gemacht. Weiß ich nicht, weil Sie es nicht wussten, weil Sie es nicht am Schirm haben, den Narzissmus, weil es keine Störung ist, die die Krankenkasse groß anerkennt. Ja, es hat noch nicht mal eine eigene Diagnoseziffer. So eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe ich nicht, hoffe ich, aber hätte man ja ruhig mal drüber reden können. Ist nicht, ja. Und auch bei all meinen Klientinnen und da sind teilweise einige sehr narzisstisch, ja, vielleicht noch viel, viel narzisstischer als ich und kein Therapeut hat jemals mit ihnen über Narzissmus gesprochen und das ist fatal, weil dann kriegst du irgendwelche anderen Diagnosen, ja, Anpassungsstörung zum Beispiel, weil ihnen nichts anderes eingefallen ist und manche noch Depressionen oder Angststörungen dazu und das trifft das Pudelskern überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht. Vielleicht kurz erwähnt, wenn dich dieses psychiatrische Wissen interessiert, du kannst gern bei mir im YouTube-Channel einfach mal gucken nach Angststörungen, die habe ich relativ gut ausgearbeitet, auch im Hinblick auf diese narzisstischen Verstrickungen. Und es gibt auch ein Video über Depression und ja, ich bilde ja aus zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, deshalb ist dieses Wissen natürlich, ja, total präsent bei mir. Narzisstische Persönlichkeitsstörung ist auch nochmal eine Nummer krasser als das, was ich jetzt hier mit dir bespreche und das, was ich in mir gefunden habe. Aber die Ansätze, die sind auf jeden Fall da. Und warum sind diese Ansätze da? Warum sind Menschen total unempathisch? Ja, warum gucken die nur auf sich und auf alle anderen Menschen? Scheißen die, auf Deutsch gesagt? Warum schauen die immer nur auf ihre Vorteile? Warum wollen die immer die Besten sein und die Größten sein? Und warum haben sie keine Einsichtsfähigkeit? Und warum kann man nicht normal mit denen reden und die geben irgendwas zu und entschuldigen sich vielleicht noch dafür? Ja, warum ist das beim Narzissten gar nicht vorhanden? Weil unten drunter einfach ein dickes, fettes Beet von Scham ist. Die schämen sich. Und ich habe mich auch so geschämt. Und dieser Pierre, der hat mir ja den Spiegel so knapp vor die Nase gehalten, sage ich ja immer. Deshalb war er mein größter Lehrmeister und wird er auch sicher noch lange bleiben. Hat noch keinen Nachfolger gefunden, der besser ist. Gott sei Dank, es reicht. Und der hat mir den Spiegel so nach vorgehalten, ich musste da hingucken und ich musste durch diese Scham durch. Ich habe mich so geschämt. Ja, dass ich mich überhaupt so reinziehen habe lassen. Ja, wenn dir das auch passiert ist, du kannst mein Video angucken. Ich verlinke es hier mal. Love Bombing. Ja, Love Bombing. Also ich habe mich total ködern lassen. Ja, der hat mich mit seinen Rosenblättern auf den Stiegen, habe ich schon ein Video drüber gedreht, und mit seinen Champagnerflaschen am Bad und mit seinen Liebesbekundungen. Du bist ein Lottosexer für mich und du bist die tollste Frau, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe und so weiter. Ja, hat der mich geködert. Anstatt, dass ich denke, ist es realistisch, dass jemand nach drei Wochen schon sagt, du bist mein Lottosexer? Der kennt mich doch noch gar nicht. Hm? Könnte einem auffallen. Ist mir nicht aufgefallen. Und dafür habe ich mich zum Beispiel extrem geschämt, dass ich so jemandem, sage ich jetzt mal absichtlich, reingefallen bin. Ja, mit so relativ durchschaubaren Lovebombs. Ja, Liebesbomben, die er da auf mich abgeschmissen hat. Und was ich, wofür mich auch sehr, sehr geschämt habe, dass ich mein Portemonnaie geöffnet habe. Und zwar wirklich tut die komplette. Ja, wenn du magst, wie gesagt, in dem Buch Narzissmus und Erwachen, schreibe ich dir auch die Summe. Ja, und das war eine gigantische Summe. Und ja, also ich kann es dir auch sagen, 40.000 Euro. Habe ich diesem Mann gegeben, obwohl ich einen Großteil davon nicht hatte. Also ich habe mich total verschuldet wegen ihm. Und das mal zuzugeben. Und da werde ich gleich zum Punkt 2 kommen, dieses Muster erkennen. Ja, bei mir war es das Muster Geld. Geld wert. Selbst wert. Ja. Diese Scham, das zuzugeben, dass ich da echt ein fettes Thema habe. Ja, dass ich immer im Minus war. Dass ich teilweise sogar kaufsüchtig war. Und obwohl ich recht gut verdient habe, viel, viel mehr als meine Freundin dann immer, immer im Minus war. Und trotzdem einkaufen gegangen bin, shoppen gegangen bin. Ja. Ja, dass ich ihm Geld gegeben habe. Ja, von einem Konto, was eh schon im Minus war. Ja, dass ich der Bank gesagt habe, ich brauche noch Geld. Und die mir das gegeben haben, warum auch immer. Ich habe immer Geld gekriegt von der Bank. Und das einfach an den Pierre weitergegeben habe. Ja. Damals noch am Anfang unserer Beziehung ohne Unterschrift. Ich habe es zwar irgendwo notiert, aber ohne seine Unterschrift. Also, wenn ich nicht am Schluss, habe ich im Buch auch ganz genau aufgeschrieben, was da so ein Geistesblitz gekommen ist, als er plötzlich gesagt hat, er macht Schluss, weil ich ihm kein Geld mehr geben wollte. Dann habe ich gesagt, hier, unterschreib. Ja. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich niemals einen einzigen Euro von dem zurückbekommen. Stellt euch das mal vor. Und damals wusste ich ja noch nicht, dass ich was zurückbekomme. Also 2008. Und da war die Scham so groß. Ich hatte ja, auf einmal bin ich da gestanden vor meinem ganzen Müllhaufen. Und ich musste zugeben, ich habe ein Geldproblem. Immer schon. Hat mit Pierre nichts zu tun. Ich gebe Geld aus, was ich gar nicht habe. Früher war ich shoppen. Heute zahle ich dem Pierre dafür, dass er mich liebt. Ja. Also da bin ich irgendwann mal draufgekommen in einer Work, als ich reingeguckt habe, dass ich ihn dafür bezahlt habe, dass er mich liebt. Leute, das kann ich heute zugeben, ohne mich zu schämen. Ja. Und ich hoffe, dass du das auch kannst. Und wenn nicht jetzt, dann bald. Weil es gibt nichts zu schämen. Ich habe erkannt, dass das mein Muster ist. Dass es mein Muster ist. Und zwar, dass ich nichts wert bin. Ja. Als Mensch. Als Frau. Meine Leistungen, die habe ich immer relativ hoch angesetzt. Aber als Mensch war ich nicht viel wert. Und als Frau anscheinend gar nichts. Weil musst du sonst irgend so ein, sage ich mal, dahergelaufenen Schigulu ohne Kohle dafür bezahlen, dass er dich liebt? Nee. Da musst du schon echt wenig von dir halten. Und das war so. Das war so. Ja. Und so ganz Königin bin ich noch nicht. Deine Kollegin von mir macht so schön Königinnenkurse. Und wenn ich da so ihr Quiz mache, denke ich, Hm, Eva. Ja, da fehlt schon noch einiges. Ja, also ich bin auch heute noch lang keine Königin, aber ich bin zumindest mal dem Bettler-Status, in dem ich damals war und mich von seinem Brotkrumen da habe, vertrösten lassen mit seinem Brotkrumen, die er mir da mal ab und zu mal hingeworfen hat. Ja, also aus dem Bettlerinnen-Status, aus dem Aschenputtel-Status bin ich raus. Die Dienerin, ja, das habe ich manchmal noch so ein bisschen, dass ich dienen muss, ja, um auch was zurückzukriegen. Aber gut, ich habe es erkannt, schäme mich nicht dafür und arbeite dran. Und das ist es, ja. Muster erkennen, nicht dafür schämen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, bitte nicht, ja. Und arbeite dran. So, jetzt haben wir heute schon besprochen, dass es wichtig ist, dass du erkennst, dass es was mit dir zu tun hat und dass du die Scham irgendwie wegkriegst, ja. Ja, also ich kann dich gern dabei unterstützen. Ich habe einen Online-Kurs zu dem Thema entwickelt, schon vor vielen Jahren. Und zwar befreie dich von Schuld und Scham. Ja, das ist echt die Basis, weil da vorher wird das nichts, ja, kann ich dir sagen. Weil dann gehst du immer wieder in diese, ah, ich schäme mich und jetzt sage ich es doch nicht oder nee, da gucke ich nicht hin, weil dann wird es noch peinlicher oder ha, da bin ich ja schuld, wie konnte ich nur so dumm sein. Und da verbaust du dir wirklich deine Erfahrungen. Also da muss man immer zuerst dran arbeiten. Wenn du da raus bist und die Checkliste wird dich da weiterführen, zumindest mal als Vision, wo es hingehen kann, also lade sie dir gern runter. Ich verlinke sie dir unten, diese neue Checkliste von mir, Narzissmus-Checkliste. Wo war ich gerade? Genau, Scham und Schuld, dich befreien, ja, dass du rauskommst, dass du überhaupt dorthin kommst, wo die Vision hingeht, in dieses freie und befreite Leben. Und dafür brauchst, dass du bei dir die Muster erkennst und dann noch, jetzt komme ich zum Punkt 3 von heute, diese Verstrickungen nachverfolgst, mitunter in die Kindheit zurück und erkennst, wo kommen die her, damit ich sie gleich im Ursprung lösen kann. Und das habe ich gemacht, ich habe erkannt, narzisstische Mutter, kennst du vielleicht auch schon die Videos hier auf YouTube über narzisstische Mutter und wie kann ich mich lieben, wenn meine Mutter sagt, ich bin nicht liebenswert und ich wäre so falsch. Also wenn du magst, kannst du auch diese Videos alle angucken, findest sie hier auf meinem Kanal, auch schonungslos offen und ehrlich, kundgetan, wie ich mich gefühlt habe, noch vor 2, 3 Jahren. Und diese Verstrickungen gilt es zu lösen. Ja, das ist der Punkt. Und da musst du erst diese Muster erkennen, damit du die Verstrickungen findest. Und wenn du die Verstrickungen da irgendwo verwurzelt in dir drinnen entdeckt hast, ja, so innere Kinder, die da irgendwelche ganz fürchterlichen Sachen über sich glauben und noch in irgendwelchen Trauma-Emotionen drinstecken und die gilt es zu entwuseln, ja, zu entstricken, ja, und die inneren Kinder zu heilen, wie ich es nenne, in meiner Heilreise für das innere Kind. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du erst, und jetzt vielleicht noch mal so ein therapeutischer Hinweis, dann funktioniert Verhaltenstherapie für mich vorher nicht. Dann funktioniert es, dass du deine Verhaltensmuster änderst. Und auch das kann ich dir nur empfehlen mit The Work von Byron Katie, weil da steht es auf dem Arbeitsblatt und genau das musst du dann tun. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal zurückgehe, ich habe hingeguckt, wie gehe ich mit Geld um und das kann so nicht weitergehen, das darf so nicht weitergehen, ich habe mich selbstständig gemacht, okay. Das war vielleicht damals sehr riskant, aber mir war bewusst, ich muss was ändern. Ja, ich muss was ändern, ich will was ändern und ich muss Verantwortung für mich übernehmen. Und dazu hat für mich gehört, endlich mal das in die Welt zu bringen, was ich will. Das war 2009. Zweitens, keine Männer mehr bezahlen, auch keine Frauen, damit sie mich lieben. Ja, wie kann ich mein Verhalten ändern, indem ich meinen Wert hochsetze und einfach mir verbiete, mir verbiete, mehr zu bezahlen als der andere. Das war für mich wirklich und ist es teilweise noch, harte Arbeit. Ja, weil ich immer, wenn irgendjemand für mich was macht, sofort zurückgeben will und meistens noch mehr und dann zügle ich mich und sage, nein, Eva, nein, nein, das machst du nicht mehr. Ja, du machst es nicht mehr und bis auf wenige Ausnahmen habe ich es geschafft und ich arbeite noch dran. Ja, also nicht mehr geben als der andere. Finanziell, Liebe, Zeit, Energie, Dienen, Sachwerte, irgendwas anderes, ja, Ideen, Vorschläge, Whatsapps, ja, also dass du 10 schreibst und der vielleicht eine oder so, ja, nein, ja, wenn das dein Muster ist und das wird sicherlich dein Muster sein, wenn du Narzissten in dein Leben ziehst oder derzeit gerade ein Narzisstenproblem in deinem Leben hast, dann glaubst du einfach, du musst viel, viel mehr geben als der andere und viel, viel mehr tun als der andere, um überhaupt wert zu sein, von ihm geliebt zu werden. Ja, und das ist echt Bullshit. Forget it. Mach's nicht. Und setz dich mit den Gefühlen auseinander, die innen drin sind und da ist Wut und da ist Verzweiflung und da ist Traurigkeit und das sind sogar diese drei Traumagefühle. Nochmal psychiatrisches Wissen heute. Hilflosigkeit, ausgeliefert sein und Ohnmacht. Ja, da arbeite ich derzeit gerade mit der Klientin dran. Funktioniert super, wenn wir genau mit dieser Strategie rangehen, die ich dir heute hier verraten habe. Zuerst mal in den Spiegel gucken, dann einfach mal eingestehen, es ist so, Scham und Schuld, zack, befreie dich, das kann sie Gott sei Dank schon, die schämt sich nicht mehr und fühlt sich nicht schuldig und dann gehen wir directissima zurück in die Vergangenheit, suchen das innere Kind, das in diesen Verstrickungen noch drinnen ist, aus denen diese kranken Muster entstehen und heilen das innere Kind. Wir holen das aus diesen Verstrickungen raus und dann ändert sich das Leben komplett. Ja, also ich kann mich nicht mehr erinnern, Gott sei Dank, wann der letzte richtige Narzisst in meinem Leben war. Falls mal einer angekratzt hat, ich erinnere mich gerade so vor zwei Wochen in etwa, da habe ich auf Tinder geschrieben mit einem und der war zuerst ganz nett und ich auch, hoffe ich, und dann hat er gleich geschrieben, das wird ein so besonderer Tag für mich, der besonderste Tag in diesem Jahr und noch zehn Kuss-Smileys und ich dachte, äh, stopp, ist das Lovebombing? Moment, ich schreibe jetzt gar nichts zurück, weil das ist mir zu viel und habe gewartet, was kommt und habe ihm die Chance gegeben, selbst zu merken, das war vielleicht ein bisschen zu viel oder einfach zu, dass er hätte sagen können, gut, das ist meine Art und ich bin so, ja, vielleicht so ein heißer Spanier, Argentinier ist er genau, heißer, heißblütiger Argentinier und dann hätte er aber nicht unbedingt darauf reagieren müssen, auf die Art, wie er es hat, dass ich nicht so zurückgekommen bin, ja, weil er hat den Termin dann einfach gecancelt und ich habe gedacht, Glück gehabt Eva, ja, weil, dann war es wahrscheinlich doch Lovebombing, es war viel zu viel, viel zu schnell und weil von mir nichts zurückgekommen ist, hm, wollte er nicht mehr, zack, weg, ja, das ist kein, ähm, erwachsener und kein, ähm, ernstzunehmender Beziehungsaufbau für mich und das möchte ich nicht mehr, es könnte schon wieder der nächste Narzisst gewesen sein, möchte ich nicht, bleibe ich lieber noch ein paar Jahre Single, ist gar nicht so schlecht, weil wenn du Single bist, kannst du dich auch noch richtig, richtig gut mit deinen alten Verletzungen befassen und du kriegst nicht unbedingt ständig neue Trigger geboten und du kannst wirklich Altes aufarbeiten, deine Muster lösen mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit deinen Ex-Beziehungen aufräumen und diese Jahre, die du vielleicht Single bist oder vielleicht geht es bei dir auch schneller, einfach nochmal richtig schön aufräumen, damit die nächste Beziehung dann auf Augenhöhe, ist und damit deine narzisstischen Muster gelöst sind und dann auch ziemlich sicher kein Narzisst in dein Leben kommt, sondern ein Mann mit dem offenen Herzen, mit einer guten Bindungsfähigkeit, mit einer ernsten Absicht und auch mit dem Bewusstsein, dass er dich ja noch gar nicht kennt und jetzt erst kennenlernen muss, ja, also ich hätte gern einen, der mich einfach kennenlernen möchte und mir auch gestattet, dass ich ihn kennenlerne und das war zum Beispiel bei meinem Narzissten Pierre gar nicht so, ja, gar nicht. Der hat von sich immer nur, wie toll er ist und was er alles schon geschafft hat und was er gemacht hat und wie viele Millionen er hatte und wie viel Pech er hatte, ja, und, oh, Ex-Frau, ganz böse und so, ja, er kann ja gar nichts dafür, ne, und um mich ging es gar nicht so. Also, der wusste eigentlich gar nichts von mir und, ja, und dann hat er mich so geliebt und so, ah, du bist die Beste. Ja, wen hat er denn geliebt? Er kannte mich ja gar nicht, aber das ist mir damals nicht aufgefallen, weil ich halt einfach noch so in meinem Muster drin war. Ah, die Eva, ja, die muss ja froh sein, wenn so ein hübscher Mann kommt und sie liebt. Bullshit, nicht wahr. Ist nicht wahr. Bei mir nicht und bei dir auch nicht. Schreib drunter, schreib einfach drunter, ob es dir gefallen hat. Wie gesagt, ich verlinke hier die Playlist. Ich gebe dir noch ein paar Videos zum Vorgeschmack oder Nachgeschmack. Du kannst gerne noch weiter hier auf meinem Kanal bleiben, was mich super mega freuen würde. Und wenn du wirklich offen bist, hinzugucken und wirklich deinen Anteil zu finden und wenn du bereit bist, die Narzisstin oder den Narzissen in dir zu finden und ihn dort zu heilen, dann bist du hier wirklich 100% richtig. Du kriegst hier alles auf diesem Kanal, wirklich alles, was du brauchst, um da rauszukommen. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann kommst du einfach zu mir in die Selbstliebeschule. Auch die ist drunter verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Eva. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.